Wir sind raus an den Mississippi gefahren und natürlich gibt's am Herbst auch viele gute Dinge. Beispielsweise schmeckt die Bratwurst wieder richtig gut. By the way, kann man auch schöne Lieder rausbringen. Zum Beispiel Lieder, die sich mit dem Thema Vergänglichkeit und scheidender Sommer und auch sonst irgendwie mit stark essentiellen Themen irgendwie.